Das Haus ist toll, Tante Claire, sagte Sky. Danke. Ich wollte schon immer auf einer Veranda schlafen, fügte Jane hinzu. Ich werde eins sein mit der Natur. Und du, Betty? fragte Tante Claire. Gefällt dir unser Häuschen? Aber Betty war damit beschäftigt, das Fenster herunterzudrehen, damit Hound frische Luft schnappen konnte. Und plötzlich füllte sich das Auto mit dem wilden Geruch nach Salz, Seetang, Sumpfdotterblumen und einer Brise, die schon tausendmal die Erde umrundet hatte. Und die Schwestern wurden vom Meerestaumel gepackt. Als Tante Claire sagte, sie würde jetzt das Haus erforschen und fragte, ob sie nicht Lust hätten mitzukommen, antworteten alle, nein, danke. Denn sie mussten so schnell wie möglich ans Wasser. Es gab eine kleine Verzögerung, weil Sky und Jane versuchten, die protestierende Betty in die orangefarbene Schwimmweste zu stecken, diese allerdings verkehrt herum festschnallten und deshalb wieder aufmachen mussten. Aber bald folgten die Schwestern und Hound einem kleinen Steinweg zu dem winzigen grünen Rasen hinter dem Haus. Und da lag das Meer vor ihnen, leuchtend blau in seiner unendlichen Schönheit. Und über dem Meer war der Sommerhimmel, der mit dem Meer um die Wette strahlte, genauso blau und voller dicker weißer Wolken. Am Ende des Rasens war eine niedrige Mauer aus Felsbrocken gebaut, die gerade breit genug war, um darauf sitzen zu können. Die Mauer hatte gar nichts Beängstigendes an sich, aber als Sky sich darüber beugte, sah sie, dass es dahinter zwei Meter in die Tiefe ging, wo unheilvolle graue Felsbrocken aus dem Wasser ragten und mit Sicherheit jede herabstürzende Pendewick-Schwester zerschmettern würden. Sie wies Betty immer und immer wieder darauf hin, bis Betty sich losriss, um mit Hound über den Rasen zur Terrasse zu rennen. Burgess hatte zu allem Überfluss eine Terrasse, die perfekt für Picknicks geeignet war. Und dann wieder zurück auf den Rasen, aber keiner von beiden sprang auf die Mauer, wofür Sky ihnen dankbar war. Inzwischen hatte Jane am Rand des Gartens Stufen entdeckt und rief die anderen zu sich. Tante Claire hatte gesagt, dass es einen Strand gäbe, und hier war er. Sie sprangen die Stufen hinunter. Auf den ersten Blick machte der Strand nicht viel her. Es war nur ein schmaler, etwa 15 Meter langer Sandstreifen, der sich am Uferdamm entlang erstreckte. Sky kannte sich jedoch mit den Gezeiten aus und wusste, dass im Augenblick Flut herrschte. Wenn das Wasser wieder zurückging, wäre der Strand breit genug, um Fußball zu spielen und alle anderen Dinge zu tun, die sich drei Mädchen und ein Hund ausdenken konnten. Und auch wenn der Strand bei Hochwasser sehr schmal war, sie konnten sich trotzdem die Schuhe ausziehen und durch die kleinen Wellen im Flachen warten. Das Wasser war so kalt, dass Betty kreischte und Hound bellte. Aber das machte alles noch viel aufregender.